Hallo Leute, willkommen wieder auf meinem Kanal mit Splashin' Beauty. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin Jasmin und heute soll es mal wieder um eine Sonnenschutzcreme, eine Vivi zu einem sehr gehypten Produkt auch gehen, was vielleicht einige schon kennen, vielleicht andere noch nicht. Was aber gerade so seine Runden macht auf YouTube und das ich mir dann natürlich auch kaufen musste. Und was so meine Erfahrungen damit sind und ob ich genauso begeistert bin wie alle anderen, das erzähle ich euch jetzt im Video. Ja, jetzt wo wir in die wärmere Jahreszeit starten, ist natürlich ein Sonnenschutzprodukt total wichtig, vor allem wenn man eben empfindliche oder Problemhaut hat, beziehungsweise so wie ich, ich habe eine Hautkrankheit namens Rosacea, ist also chronisch entzündlich und kommt mit Rötungen, also permanenten Rötungen, Pusteln, Pappeln auch bei mir, ich bin im zweiten Stadium, daher. Und dementsprechend bin ich natürlich immer auf der Suche nach dem nächstbesten Holy Grail, was Sonnenschutz angeht und bin natürlich sofort auch angefixt worden, als ich bei ein paar US-Youtubern gesehen habe, dass es jetzt einen sehr günstigen, aber guten Sonnenschutz geben soll, der eben total gehypt wird und den ich mir dann auch gleich besorgen musste. Und darum, ja, jetzt wo wir wieder in die wärmere Jahreszeit starten, ist natürlich ein guter Sonnenschutz essentiell, besonders wenn man eben mit empfindlicher oder Problemhaut zu kämpfen hat oder so wie ich, ich habe Rosacea, das ist eine chronisch entzündliche Hautkrankheit, die mit permanenten Rötungen, aber auch wie bei mir mit Pusteln, Pappeln und Pickeln einhergeht. Und dementsprechend bin ich auch immer wirklich auf der Suche nach dem nächstbesten Holy Grail, was Sonnenschutz angeht und werde natürlich sofort angefixt, wenn ich das höre, vor allem bei US-Youtubern und die dann auch noch sagen, dass der auch noch super verträglich und günstig ist. Denn wie viele vielleicht schon wissen, die meinen Kanal sehen, ist mein allerliebster Sonnenschutz bzw. meine allerliebste Tagescreme mit LSF von Palos Choice aus der Kalmserie. Da gibt es einen für normale bis fettige Haut, den ich eben gerne in der wärmeren Jahreszeit trage und einen für normale bis trockene Haut für den Winter. Ja, ist aber auch kein Schnäppchen, ja, kostet, glaube ich, über 30 Euro. Kaufe ich deswegen meist auch nur, wenn es eben im Angebot ist. Aber, na, ich gehe da durch, innerhalb von zwei Monaten ist das Ding meist leer. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, naja, habe ich da gehört, es gibt ein neues Sonnenschutzprodukt eben von einer sehr cleanen Marke, die eben auch dafür bekannt ist, sehr verträglich zu sein, für gerade mal 15 Euro. Und es handelt sich eben um die von The Inkey List. Das ist eben auch mit mineralischen Sonnenschutzfiltern. Ich benutze ja nur mineralische, weil ich alles andere nicht vertrage, also die chemischen. Und ist eben zu 100% aus mineralischen Filtern, hat einen Lichtschutzfaktor von 30. The Inkey List kennt vielleicht manche schon, manche noch nicht, wie schon gesagt. Es wird aber gerade sehr gehypt, weil sie eben neben The Ordinary eben sehr günstige Produkte anbietet. Aber mit guten Inhaltsstoffen und auch Wirkstoffen. Also auch einige Produkte im Repertoire haben, die eben gute Wirkstoffe oder auch Anti-Aging-Wirkstoffe beinhalten. Und ja, was enthält sie? Also sie hat eben 50 Milliliter, kostet um die 15 bis 17 Euro, habe ich gesehen online, und hat eben 22% Zinkoxid. Das ist natürlich eine große Menge und kein Wunder, warum natürlich dann die Leute sagen, oh, probiert das mal aus, weil 22% Zinkoxid ist natürlich eine sehr hohe Prozentzahl und dementsprechend auch ein guter Schutz für die Gesichtshaut. Dementsprechend ist es also eine US-Marke. Ich finde sie eben sehr günstig, also bezahlbar, vor allem auch für die Mängel, die man eben bekommt. Und wofür die Inkey List bekannt ist, ist auch eben eine hohe Qualität der Inhaltsstoffe zu günstigen Preisen anzubieten. Also ihr merkt schon, ähnlich eben zu The Ordinary. Und das Einzige, was mir aufgefallen ist, was ich leider ein bisschen schade finde, ist, dass sie nicht wasserfest ist und eben nur ein Lichtschutzfaktor von 30 hat. Ist jetzt für mich im Winter oder in der kühleren Jahreszeit kein Problem, aber im Sommer trage ich eigentlich schon gerne LSR50. Dementsprechend finde ich das jetzt da ein bisschen schade. Zudem eben auch wasserfest, da man halt auch schneller schwitzt im Sommer. Kaum gibt man raus, fließt es ja schon, vor allem wenn es eben auch schwüler ist und über 30 Grad. Also zumindest ist es bei mir so. Und da mag ich eben schon wasserfeste Sonnenschutzprodukte lieber, weil sie einfach auch besser halten. Zudem ist sie für alle Hauttypen geeignet, ist angeblich laut Hersteller nicht komedogen, das heißt, soll nicht die Poren verstopfen und ist reizarm formuliert, was ja besonders eben für Leute mit empfindlicher Haut auch sehr wichtig ist. Was mir auch noch sehr gut an dem Produkt gefällt, ist, dass es eine leichte Tönung hat und zwar durch einen Farbstoff, der enthalten ist, namens Karamell. Und das zeige ich euch einfach mal. Ich glaube, man sieht es auch ganz gut. Es hat so eine leichte, hellbraune Tönung. Ich verstreiche es auch mal, dann seht ihr auch so ein bisschen die Konsistenz. Sie wirkt ja im ersten Moment sehr cremig, also auch wenn ich es jetzt verstreiche auf der Haut, schon fast wie Butter, könnte man schon sagen. Also sehr angenehm von der Konsistenz und vom Auftragegefühl her, könnte man sagen. Und sie verstreicht sich auch sehr leicht und verbindet sich mit der Haut, wie man sieht. Ja, sie hinterlässt einen leichten Claw, zumindest in der Anfangszeit, bevor sie antrocknet. Und war dementsprechend für mich erstmal geil. Dementsprechend habe ich mir echt wirklich im ersten Moment gedacht, ist es jetzt wirklich meine Ablöse von meiner geliebten Paulas Choice. Weil sie einfach wirklich sehr viele gute Dinge, die mir einfach wichtig sind, in einem Sonnenschutzprodukt eben auch vereint. Und zusätzlich, jetzt kommen wir auch gleich mal zu den Inhaltsstoffen, hat es nicht nur 22% Zinkoxid, was ja wirklich eine Menge ist. Weil Zinkoxid ja auch immer gerne schnell weißelt, denke ich, dass deswegen auch dieser Farbstoff drin ist, um sozusagen dem vorzubeugen. Was ja bestimmt auch wieder vielen Leuten, die eben diesen Weißschleier von mineralischen Sonnencremes nicht mögen, ja auch zugute kommt. Dann soll noch 1%, muss kurz ablesen, Polustop enthalten sein. Das ist anscheinend ein Patent, das ist anscheinend so ein gewisser oder bestimmter Wirkkomplex, der laut Hersteller gegen die vorzeitige Hautalterung wirken soll, beziehungsweise auch gegen Schadstoffe aus der Umgebung helfen, beziehungsweise die abwehren soll. Und als letztes noch 2% Shea Butter. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich eben die Sonnenschutzcreme so im ersten Moment auch so weich anfühlt, so butterig anfühlt. Und so, ja, als wäre die Haut einfach gut versorgt mit Feuchtigkeit. Und hat mir dann sofort, als ich das gelesen habe, den Eindruck vermittelt, okay, das bedeutet ja eigentlich, dass sie dann auch nicht austrocknend ist, weil 2% Shea Butter ist ja auch eine Nummer. Und muss ich jetzt aber leider sagen, jetzt kommt das große Aber. Das ist leider nicht der Fall. Also, das fand ich wirklich sehr schade, ehrlich gesagt, weil, naja, bei mineralischen Sonnencremes hat man ja oft das Problem durch Zink und Titandioxid, dass sie im Laufe des Tages austrocknend auf die Haut wirken können. Und da ich ja eben diese Shea Butter gelesen habe, habe ich gedacht, okay, dem wird also damit entgegengewirkt. Und das ist leider eben nicht der Fall. Also, im ersten Moment, wenn ich sie eben schön auftrage und verteile oder verreibe im Gesicht, fühlt sich das auch alles wirklich wunderbar an. Aber sobald man eben diese gewisse Einwirkzeit von 10 bis 20 Minuten eben einhält, merke ich, dass sie matt antrocknet. Und zwar wirklich sehr matt. Also, man merkt nichts mehr. Es ist jetzt nicht so, dass sich die Haut irgendwie total wie eine Wüste anfühlt, ja, so total trocken, vor allem meine Wangen sind eben auch sehr trocken und da hatte ich auch dann ein bisschen Angst, dann nach einer Zeit. Also, irgendwie die Haut ist schon noch, fühlt sich irgendwie gut an. Ich war aber von dem Finish nicht so begeistert. Mir gefallen matte Formulierungen nicht so gut, vor allem, weil ich eben Mischhaut habe und dementsprechend auch lieber mal ein, zweimal mehr nachpudere oder oben drüber pudere, als wenn ich von vornherein mattierende Produkte auf meine Haut gebe oder eben auftrage. Ich mag halt immer gern so einen leichten Glow haben, vor allem jetzt, wo ich ja auch über 30 bin, ein bisschen länger über 30 bin. Und da mag ich es einfach gerne, wenn die Haut immer, ja, irgendwie gut versorgt aussieht, immer so einen leichten Glow hat. Und das ist mir einfach lieber als damals, als ich noch Anfang 20 war, wo ich ja wirklich viele matte Produkte eher verwendet habe, um eben diesem Glant entgegenzuwirken. Genau, also das muss ich sagen, ist wirklich ein großer Aberpunkt, den ich auch wirklich sehr schade finde und weshalb auch, das kann ich auch gleich auch sagen, das ist so mein Fazit, weshalb es eben jetzt nicht meine neue Alltags-Holy Grail-Tagescreme mit LSF wird, weil ich einfach dieses Finish nicht an mir mag. Zudem, was mir aufgefallen ist, ist, dass im Laufe des Tages, wenn man ja doch ab und zu, man schwitzt ja und dann soll man ja normalerweise ja auch noch meine Schicht neu auftragen. Und das habe ich auch ein, zweimal gemacht und mir ist aufgefallen, dass diese leichte, helle Tönung, die am Anfang ja noch sich super mit meiner Haut irgendwie verbunden hat und es hat jetzt auch nicht extrem bräunlich ausgesehen, also ganz, ganz leicht hat man einen Unterschied gemerkt, aber es war einfach völlig normal und völlig in Ordnung. Ich glaube, für sehr helle Hauttypen, die werden es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr merken, aber an sich für mich war das völlig in Ordnung. Wenn du aber weitere Schichten drüber aufträgst, ist mir aufgefallen, dass sie immer bräuner wird, beziehungsweise bis zu einem Punkt, wo ich es einfach auch wirklich deutlich sehen konnte, diesen Kontrast zwischen Hals und Gesicht. Und das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Und daher würde ich auch sagen, wenn ich so drüber nachdenke, wem würde ich denn diese Sonnencreme empfehlen? Dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, Leute, die eher zu normaler bis fettiger, öliger Haut tendieren, beziehungsweise auch eher einen mittleren Hauttyp haben, also die nicht ganz so hell sind wie ich. Ich bin jetzt zwar nicht sehr hell, da gibt es natürlich nochmal die Abstufung, ich bin ein heller Hauttyp, aber ich würde sagen, ja, es fängt schon bei Leuten eher an, die einen mittleren Hauttyp aufweisen. Und dementsprechend, da ich sie jetzt auch schon gekauft habe, ich möchte sie jetzt ja auch nicht wieder wegschmeißen, das sehe ich ja auch gar nicht ein, vor allem wenn die einfach auch noch fast voll ist, werde ich die Creme wahrscheinlich im Sommer weiter benutzen, also jetzt erstmal aussetzen und dann, wenn einfach wirklich die Temperaturen sehr hoch sind, beziehungsweise auch das Klima schwüler wird, dann verwenden, weil dann kann ich es mit meiner Mischhaut, dann mag ich es auch nicht, wenn ich so reichhaltige Produkte draufgebe, dann finde ich dann das sowas schon angenehmer zu tragen, so eher mattere Produkte. Und zusätzlich habe ich dann meistens ja auch irgendwie ja doch mal eine leichte Tönung und ich denke, dass dann auch einfach der Kontrast dann auch nicht mehr so stark ist, zwischen eben, also hier Körper, beziehungsweise Hals und Gesicht. Genau, also so werde ich damit eben weiter verfahren, ich werde sie also wahrscheinlich im Sommer benutzen, jetzt erstmal aussetzen. Ja, und das war es dann auch schon mit meinem Fazit zur Sonnenschutzcreme beziehungsweise zum Sonnenschutzprodukt von The Inkey List. Es ist also gemischt ausgefallen, das Fazit könnte man so sagen, ich werde es aber weiterhin mit ihr probieren, vielleicht habt ihr sie auch schon ausprobiert, habt sie sofort gekauft, als sie ganz frisch auf den Markt gekommen ist, habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht auch eher ganz andere Erfahrungen, sehr positive Erfahrungen, dann würde ich das auch gerne wissen, schreibt mir einfach unten einen Kommentar, das würde mich wirklich sehr interessieren, dass wir uns auch so ein bisschen austauschen, weil Sonnenschutzprodukt ist ja wirklich ein ganz essentieller Step, ja, in jeder Hautpflegeroutine, vor allem eben bei Leuten mit empfindlicher Haut. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch und falls ihr auf dem Laufen bleiben wollt, denn ich werde immer mal wieder auch Sonnenschutzprodukte reviewen, dann abonniert meinen Kanal, wenn ihr auf dem Laufen bleiben wollt und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!